Willkommen zu einer neuen Session Borderlands 2! So, wir sind jetzt hier fast bei Sifritsch. Da geht's glaube ich durch. Wenn du leben willst, kauf bei mir! Aha, wir verlieren also Schild bei verstärkten Schüssen. Das ist ein bisschen suboptimal. Rage-Schaden. 692. Ne, denn? Haben wir ja uns eigentlich von... So. Spike-Schaden 200 ist natürlich beträchtlich, aber... ...mehr Gesundheit und Resistenz. Ist nichts verkehrt. Wenn man eine Approbation, wenn man Stil hat. Gebe auf dir Achtung. So, er hat nur Munition hier. Okay. So, bevor wir zu The Fridge gehen. Gucken wir noch. Hier vorbei. Hier vorbei. 174. Und die macht noch Feuer schauen. Die Kurven war. Erzähl deinen Freunden, woher du das hast. So. Reiß den Schurken den Arsch auf, Aten. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Oh, verdammt. Hier ist sogar noch mehr. Schild. Andererseits verlieren wir dann wieder Gesundheit. Vielleicht sollte ich... Ach. 820er Schild. Gut, da muss ich zuschlagen. Ich hoffe, es hilft. Habt ihr versucht? Verflucht. Ich hab das mal vorher gewusst. Ähm. Achso. Doch, die Waffe können wir noch reinklatschen. Ja, Ene. Ähm. Meine SMG. Und... Dann verkaufen wir noch den Schild. Mal gucken, ob wir hier die erste Runde überstehen werden. Hat das Ding gespeichert? Wahrscheinlich schon. Kannst du den Banditenring des Gemetzels überleben? Okay, ist machbar. Ah. 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 Bevor wir jetzt starten. Hier war definitiv... ...ein Zeichen hinter einer Betonsäule. Und das war nur das eine hier. Okay. Okay. Haben wir jetzt noch... ...ein Token-Es... ...Kanadenschaden. Das freut uns. Ich glaube, hier sollte ich tatsächlich auch... ...die Feuerknarre nehmen. Fünf... ...vier... ...drei... ...zwei... ...eins... ...das Gemetzel... Drei... ...Drei... ...drei... ...hache... ...drehen... ...wdish... ...intaher... Ja, Iridium ist sehr schön. Die sammeln also echt den Stuff aus. Oh, oh! Ah, kritische Treffer! Ich überlasse meine Strohklinche, das Reden! Ich glaube, da muss ich meinen Strohklinchen immer nehmen. Was? Ich habe noch getötet. Und das war ein kritischer Treffer. Oh, super! Das fehlt irgendwie nicht. Alter, ich hab den doch auch gerade mit Kreekschaden getötet. Verzappen, flieh! Oh, schau! Was, der so de... der aber jumpen kann, ey! Oh, schau! Oh, schau! Uhh! Oh, schau! Was haben wir hier? Ups. Ich werde dir die Augen aus der Höhe lutschen! Äh! Schütt! 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 Versuch mal mit Zerkrätten! Äh! Das ist schon die Hälfte! Jaja... Neuer! Freund! Du! 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 Geh! Mach mich! Sollen die sich erstmal selber bekümpfen? Geh! S hein Geh! Hm hMM Nööö... Der Explosionsradius für ein Nit Prabow ist wötzeul jetzt erstmal liegen Ich will dich hinten! Hahahaha Ja, hallo. Ja, hallo. Danke für die Hilfe. Hallo. Das ist doch gar nicht. Was ist das denn? Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ich nehme die auch mal mit. Das war nur Glück. Rund 2, können wir das denn noch schaffen, oder ist er schon Level 19, ist ein bisschen härter. Ich glaube, da warte ich zwar noch bis vor, vielleicht steigen wir eh jetzt, wäre ich damit auf. Dann machen wir das in der nächsten Folgespitze, bedanke mich, bis dann.